Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von bestens.de. Heute geht es um einen Kondenstrockner von der Firma Beko. Ich möchte alle wichtigen Eigenschaften des Produkts aufzeigen und dir eventuell bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du den Preis gerne einmal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Der Beko DE8635RX Kondenstrockner ist ein hochmodernes Gerät mit Wärmepumpentechnologie, das eine effiziente und schonende Trocknung der Kleidung garantiert. Die Wärmepumpentechnologie sorgt dafür, dass der Trockner energieeffizient arbeitet und dabei eine angenehme Raumtemperatur beibehält. Dies ist besonders praktisch, wenn man den Trockner oft verwendet und es einem wichtig ist, Energiekosten zu sparen. Das Modell verfügt über eine Kapazität von 8 kg und eignet sich damit ideal für Familien mit einem durchschnittlichen Wäschebedarf. Die große Trommel bietet genug Platz für die Kleidung, sodass sie sich beim Trocknen frei bewegen kann. Dies führt zu einer gleichmäßigen Trocknung und verhindert, dass die Kleidung knittert. Eine weitere praktische Funktion des Geräts ist ein Anti-Knitter-System. Dieses System sorgt dafür, dass die Kleidung beim Trocknen nicht verknittert, indem es sie sanft und regelmäßig bewegt. So kann man sich entspannt zurücklehnen und sich darauf verlassen, dass die Kleidung in einwandfreiem Zustand aus dem Trockner kommt. Der Trockner verfügt auch über eine Reihe von Programmen, die es einem ermöglichen, die Trocknung der Kleidung an seine Bedürfnisse anzupassen. Es gibt Programme für Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche und vieles mehr. So kann man sich sicher sein, dass die Kleidung immer schonend und effizient getrocknet wird. Lasst uns doch gerne ein kostenloses Abo für weitere Videos da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Auch die Bedienung des Trockners ist einfach und intuitiv, dank des Displays mit LED-Anzeige. Man kann die Trocknungszeit und die gewählte Trocknungsstufe jederzeit überwachen und gegebenenfalls anpassen. Darüber hinaus verfügt der Trockner über eine Zeitschaltuhr, mit der man die Trocknung zu einem bestimmten Zeitpunkt starten oder beenden kann. Außerdem kann man den Trockner mit Hilfe des Displays einfach und intuitiv steuern. Ein weiterer Vorteil dieses Modells ist seine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten und die sorgfältige Fertigung ist es ein Gerät, auf das man lange Zeit vertrauen kann. Und falls es doch einmal Probleme geben sollte, ist der Trockner durch eine lange Garantiezeit abgesichert. Zusammenfassend ist der Beko DE 8635 RX Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie eine hervorragende Wahl für alle, die eine energieeffiziente, schonende und bequeme Trocknung ihrer Kleidung wünschen. Mit seinen praktischen Funktionen, einfachen Bedienungen und langer Lebensdauer ist ein Gerät, auf das man lange Zeit zählen kann. Haben wir dein Interesse an solch einem Produkt geweckt? Dann schau einfach in die Videobeschreibung. Dort ist das hier vorgestellte Modell mit dem besten Preis verlinkt. Falls Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Carsten von Bestens.